Schön, dass du wieder mit dabei bist bei deinem Podcast für mehr Lebenskraft. Mein Name ist Kerstin Hart und ich bin dein Gesundheits- und Mentalcoach hier in diesem Podcast. Und ja, heute ist mal wieder Zeit für einen kurzen und knackigen Impuls für einen Healthy Shot. Ja, und mich haben schon ganz viele Menschen gefragt, sag mal Kerstin, was an Nahrungsergänzungsmitteln darf ich denn auf gar keinen Fall zusammen einnehmen? Um wie viel Uhr soll ich denn die Sachen nehmen? Und ja, gibt es denn welche, wo ich ganz besonders drauf aufpassen muss und so weiter? Und wenn du dich das eben auch schon mal gefragt hast, dann ist dieser Podcast heute genau das Richtige für dich. Warum? Weil ich probiere mal auf die wichtigsten Dinge einzugehen. Ich will dir natürlich direkt am Anfang sagen, wenn du Medikamente nimmst, dann musst du direkt deinen Arzt fragen. Denn das Zusammenspiel von Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln ist wirklich so vielfältig. Und ja, Nahrungsergänzungsmittel können die Wirksamkeit von Medikamenten eben auch beeinflussen. Und das hängt aber, wie gesagt, von dem jeweiligen Medikament ab. Und an dem Beispiel von der Krebsfrucht oder von Krebsfruchtsaft finde ich das immer total krass. Denn es ist wirklich richtig, was ich dir jetzt sage. Man hat herausgefunden, dass Krebsfrucht bzw. dieser Krebsfruchtsaft die Wirkung von über 85 Medikamenten beeinflussen können. Das ist schon ein Wort, oder? Also wenn du Medikamente nimmst, dann spreche auf jeden Fall mit deinem Arzt und frage den, inwieweit eben auch deine Medikamente von Nahrungsergänzungsmitteln beeinflusst werden. Und ist es sinnvoll, die zu nehmen? Habe ich ja oft genug schon erwähnt. Ja, es ist super wichtig, dass du genügend Nahrungsergänzungsmittel zu dir nimmst. Und da höre dir unbedingt dieses ganz, ganz besondere Interview mit Professor Wienicke an, das ich geführt habe. Er ist ja der Experte weltweit auf diesem Gebiet. Er hat über 61.000 Studien gemacht. Und ich bin immer noch fassungslos, dass es Menschen gibt, die also wirklich deren Lobbyisten und diesen ganzen Pharma-Leuten Glauben schenken mag. Und irgendwelchen Pseudo-Journalisten, die wirklich haresträumende Beiträge schreiben in Magazinen, die überhaupt nicht gut recherchiert sind. Und die denen glauben, dass wir das nicht brauchen. Also beschäftige dich da gerne intensiver mit und erkenne, die Pflanzen haben nur noch einen geringen Teil von dem, was wir wirklich brauchen. Und da habe ich ja schon mehrere Podcasts zu gemacht. Und vor allen Dingen gibt es tolle Wissenschaftler, die dir das eben auch nochmal belegen können. Und einer davon ist der Professor Dr. Wienicke. Ja, du brauchst eine Menge an Nahrungsergänzungsmittel, auch wenn du zum Beispiel Fleischesser bist. Und gerade die, ich habe dir da auch nochmal ein Beispiel mitgebracht. Warum ist das denn eigentlich so? Ja, die Veganer, die achten mittlerweile auf B12. Die haben da schon so ein bisschen Bewusstsein aufgebaut. Und Frauen, die eben sehr, sehr stark ihre Monatsblutung haben, die wissen auch, die müssen Eisen supplementieren. Aber es gibt mittlerweile auch ganz viele Fleischesser und Menschen, die keine Monatsblutung haben, wie Männer, die eben einen Eisenmangel haben und B12 mangeln. Und woran liegt das? An einem Beispiel bringe ich dir das einfach mal oder probiere ich dir das zu verdeutlichen. Ja, dieses B12 zum Beispiel wird von den Mikroorganismen produziert, gebildet. Und zwar von denen, die normalerweise die Weidentierchen, also die Tiere, die draußen eben dieses Grünzeug gefuttert haben, eben produzieren. Das heißt, wenn du jemand bist, der eben ein Rindvieh gefuttert hat, was auf der Weide lang genug Gras gefressen hat, also die sogenannten Weidentiere, dann ist die Wahrscheinlichkeit überhaupt nur noch da, dass du genügend B12 in deinem Körper hast. Weil die Mikroorganismen, die in diesem Grünzeug quasi drinstecken, die produzieren dann dieses B12. Und das nimmst du indirekt, wenn du Fleischesser bist, dann darüber auf. Aber nur noch drei Prozent von dem Fleisch, was die Menschen kommunizieren, sag ich schon, ja, konsumieren, enthält noch genügend B12. Das einfach nochmal für dich als klitzekleine Randnotiz, damit du erkennst, dass du wirklich darauf achten musst, genügend gesättigt zu sein an Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen und so weiter. So, also die Einnahme von Vitaminen und Mineralien ist natürlich auch entscheidend. Und vor allen Dingen, wann solltest du den nehmen? Also die meisten Vitamine und Mineralien, also ich würde mal fast schon sagen, 95 Prozent sollst du immer oder vielleicht auch 97 Prozent zum Essen nehmen. Und zwar entweder morgens oder mittags. Warum? Weil hier der Stoffwechsel am höchsten ist und du sie eben auch gut resorbieren und vor allen Dingen aufnehmen kannst. Aber morgen ist es noch ein bisschen besser, weil dann hier die Aktivität deines Dünndarms eben auch gut ist. Und der resorbiert am meisten von diesen Vitaminen und Mineralien. Ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Aber es gibt natürlich auch Nahrungsergänzungsmittel, die sollen deinen Schlaf fördern, die sollen dich beruhigen und dich so ein bisschen entspannen. Und die kannst du natürlich sehr gerne am Abend nehmen. Dazu gehört Magnesium und vor allen Dingen eben auch die Vorstufe, um dein Melatonin zu bilden. Und das ist das 5-HTP, ist ausgesprochen das Hydroxytryptophan. Das ist eine Aminosäure zum Beispiel. Die wird über das Tryptophan zu Serotonin und dann zu Melatonin umgewandelt. Und das ist diese Vorstufe, die nimmst du natürlich am Abend ein, damit du dann in der Nacht dieses Schlafhormon eben richtig gut bilden kannst. Ja, also musst du ein bisschen schauen, okay, was nimmst du denn? Wenn du was zum Schlafen nimmst, dann klar, vom Schlafen gehen. Und zum Beruhigen abends ist auch immer gut. Dann kannst du gut einschlafen. Ja, also die meisten Manager, mit denen ich arbeite, und ich habe ja viel Erfahrung mit diesem Typ Mensch, Frau wie Mann, die haben einen chronischen Magnesiummangel. Magnesium hat ja über 300 Funktionen in unserem Körper. Und wenn es richtig heftig ist, kannst du da morgens zwei nehmen, mittags zwei und abends zwei. Da passiert also gar nichts. Also da nochmal einen kleinen Exkurs zum Thema Stress. Ja, bei den fettlöslichen Vitaminen, A, D, E und K, die darfst du ganz, ganz gerne eben auch zu dir nehmen, wenn du irgendein bisschen was Fettiges isst. Also ja, zum Beispiel morgens mit den Nüssen oder vielleicht mit guten Kokosflocken oder mittags mit Avocado. Also wenn du Vitamin E zu dir nimmst oder D und so weiter, dann nimm das auf jeden Fall mit irgendwas Fettigem, ja, ein. Aber die meisten guten Nahrungsergänzungsmittel, die enthalten dann auch MCT-Fette schon in der Kapsel, dass du es eben auch gut aufnehmen kannst. So, und Eisen haben in der Tat viele Menschen zu wenig. Und das Faszinierende ist, auch das hat Professor Wienicke mehrfach untersucht, auch gerade die Hochleistungssportler nehmen einen Sack davon voll. Und ja, ich war nicht schlecht erstaunt und überrascht, dass selbst mein Marco zu wenig Eisen hatte, als er diese sehr umfangreiche Untersuchung bei dem Wienicke gemacht hat. Bei mir waren die Eisenwerte okay, ja, aber auch der darf nochmal zusätzlich supplementieren. Und Eisen nimmst du besonders gut auf, wenn du Vitamin C dazu nimmst. Also Vitamin C natürlich immer in Askobat, basische Form, dann gerne in Kombination mit dem Eisen. Aber wo du jetzt drauf achten musst, Eisen ist ein Mimüsschen. Und Eisen solltest du nie mit anderen Mineralien zusammen aufnehmen. Also nimm das isoliert. Wenn du es gut verträgst, dann kannst du es morgens vor dem Frühstück nehmen oder abends vor dem Schlafen gehen, ja. Gibt es wirklich tolle Produkte, die ich dir empfehlen kann. Ich bringe dir hier nochmal einen Link in die Shownotes von, ja, guten Produkten, die du einfach bestellen kannst. Und da klickst du drauf. Und wie du das weißt, ich bin mit niemandem verheiratet, ich verkaufe auch nichts, sondern ich gebe dir einfach nur eine Empfehlung wieder, damit du ganz frei das bestellen kannst, was für dich eben auch gut ist, ja. Ja, Eisen alleine auf jeden Fall nehmen. Nicht mit Magnesium, nicht mit Kalzium, nicht mit Zink. Das verhindert nämlich die Aufnahme von Eisen. Fullsäure ist B9. Die mögen auch, oder Fullsäure mag Zink nicht. Also die beiden bitte nicht kombinieren, ja. B9, also deine B-Vitamine mit Zink nicht kombinieren. Und damit du jetzt nicht die Hände über den Kopf zusammenschlägst und sagst, Gott, das kann ich mir gar nicht merken. Merk dir doch einfach, dass du Eisen und Zink isoliert nimmst. Dass die zwei voneinander getrennt sind und das Eisen eben auch von allen anderen Mineralien getrennt voneinander genommen wird, ja. Im Übrigen Vorsicht, dass du eben auch morgens, wenn du Schilddrüsenhormone nimmst, keine Eisentabletten nimmst, weil Eisen verringert die Aufnahme von deinen Schilddrüsen-Tabletten, ja. Also wenn, dann musst du wirklich eine halbe Stunde warten. Ja, und auch aufpassen, Vitamin C, wenn du so ein Ascorbat nimmst, 1000 Milligramm, so wie ich, davon nämlich 3000 Milligramm, also drei Gramm am Tag, das ist eine ganze Menge, dann vorsichtig auch das nicht am Abend nehmen, das macht dich nämlich wach. Und ganz viele Menschen haben auch schon gehört, dass sie ordentlich entgiften sollten. Und Zeolit ist ja ein super, super tolles Mineralgestein, sieht unter dem Elektronenmikroskop aus wie ein Schwamm und ist in der Tat imstande, eben die Schwermetalle aus deinem Körper zu ziehen. Ja, das kann Zeolit. Ich nehme eben auch regelmäßig Zeolit, auch das bringe ich dir nochmal hier unten in die Show Notes, damit du es bestellen kannst. Und achte unbedingt darauf, dass du eine halbe Stunde, bevor du irgendwelche Mineralien nimmst, auf jeden Fall dann das Zeolit nimmst. Also du brauchst eine Pause, auch keine Vitamine da vornehmen, weil du ziehst dann im Körper natürlich dann eben auch die Metalle, also Zink ist auch ein Metall, das ziehst du deinem Körper dann quasi raus, ja. Also achte unbedingt da drauf. Ja, es gibt noch ganz viel darüber zu sagen. Also wer Kaffee und Tee trinkt, der sollte dann eben auch aufpassen, dass er das nicht zusammen mit Eisen nimmt. Nimm es einfach getrennt von allem, also mindestens eine halbe Stunde Pause, weil Kaffee und Tee sorgt dafür, dass du das Eisen nicht so gut aufnehmen kannst. Ist halt ein Mimöschen, ja, das Eisen. Und Kaffee und Schwarztee ist auch nicht so gut im Zusammenhang mit den B-Vitaminen. Also auch da aufpassen, weil es könnte sein, dass du die B-Vitamine dann nicht so gut aufnehmen kannst. Und Koffein erhöht auch noch den Kalium, Magnesium und Kalziumbedarf. Ja, und deswegen achte darauf, dass du deine ganzen Vitamine und Mineralien eben nicht in einem Schwung nach unten spülst mit deinem ganzen Kaffee, weil das nämlich dann sein kann, dass du noch mehr Mineralstoffe brauchst, vorausgesetzt, ja, du trinkst zu viel Kaffee am Tag, ja, weil das schwimmt eben die Mineralien eben wieder raus. Ja, alles in allem zusammengefasst, es hört sich viel komplizierter an, als es tatsächlich ist. Nehme deine Nahrungsergänzungsmittel auf jeden Fall immer morgens. Das ist der beste Zeitpunkt, spätestens am Mittag. Achte darauf, dass du Eisen immer schön isoliert nimmst und dass du vor allen Dingen das Zeolit, ja, dieses wunderbare Entgiftungs, ja, Mineral, dass du das nicht zusammen mit irgendwas nimmst, das wäre sonst kontraproduktiv, weil du eben sonst diese wunderbaren Sachen direkt, ja, rausschwemmst beziehungsweise erst gar nicht richtig aufnehmen kannst. Ja, ich hoffe, ich konnte dir so ein kleines bisschen einen Überblick geben. Im, ja, zuge dessen schreibt dir vielleicht das Geine oder andere gerne nochmal auf. Ja, vielleicht hörst du dir den Podcast auch nochmal an. Dann kannst du dir einfach eins, zwei Notizen machen und dann hast du es ein für alle Mal, ja, schriftlich und weißt auch ganz genau, okay, das kannst du mit dem und das mit dem kombinieren. Ja, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Hoffe, dass dir dieser Podcast gefallen hat. Teile ihnen ganz viele Menschen, da würde ich mich natürlich wie immer drüber freuen. Ja, und ich wünsche dir jetzt einen super, super schönen Tag und vor allen Dingen nur das Aller, Allerbeste für dich. Von Herzen, deine Kerstin. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020